Tim Latka macht Vergleich zu anderen Streamern, die Geld ins Spiel stecken. Ja, kommt der mit den Gegenargumenten? Gibt's einfach nicht, ist einfach Schwachsinn. Digga, was sind das für Bälle? Digga, kein Bock mehr, ne? Überhaupt kein Bock mehr. Ich bin raus für den Kopf. Spiderman, dadadadad. Ah, ja, ich fühle mich. Ich denke, ich gibt's ne Kopfnuss, alter. Boah, das tat so weh. Hilfe, warum mach ich sowas? Komm, Robby, Junge. Sehr gut. Und jetzt schalt dich ein. Schalt dich ein. Geh die Linie. Geh die Linie. Oha. Oha. Was war das denn? Habt ihr's gesehen? Hä? Hä? Eikin! Eikin! Mein Linie! Ich bin damit aufgehört, aber... Was? Die ganze Zeit, man kommt nicht durch. 1680 Spiele. Ja, jetzt flankt der alles. Jetzt hab ich alles gesehen, wirklich. Jetzt hab ich original alles gesehen, Digga. Aber wie bleibt, fangt alles. Klar, schon. Guter Pass. Digga. Wer war das? Der ist ja eh, Digga. Alles klar, Digga. Der zweite Messi. Du hast vorhin gesagt, den zieh, ne? Und dann musst du ihn abstoßen. Wir geben ihn ab. Alter, es tut so weh. Alter. Er ist weg. Was? Er ist einfach weg. Er ist weg. Okay. Okay. Nein! Goretzka! Rüdiger! Rüdiger! Junge! Junge! Der ist gut! Er ist drin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Was? Das kommt ja alles trotzdem, denke ich. Ja, das ist verwackt. Guck, die Partie hat schon begonnen, Digga. Die Partie hat begonnen. Mann, ich habe wieder irgendeinen Bug. Ich habe irgendeinen Bug, Digga. Ich habe keine Ahnung, wo der Ball ist. Wo ist denn der Ball? Seht ihr das Radar? Hä? Digga! Was ist denn der? Ah, moin. Wir sind wieder weg. Da ist er drin! Ja, komm zu Papa! Ja, komm zu Papa! Wer bist denn du? Christiano Ronayo! Let's go! Oh mein Gott! Emotional damage! Oh mein Gott! Miura macht die Ecke jetzt, komm! Miura, da ist er, Jungs! Oh! Ah, ey! Nein! Gott! Zum Glück hat er abgefiffen, Alter! Der wäre reingegangen, ne? Der Schuster! Mal schauen, wie viele Ikadis und Vollands wir da ziehen. Bestimmt ne... Das kannst du schon wieder in kein Drehbuch hier reinschreiben, ne? Komm her, Ikadi! Komm her! Christian! Christian! Gianno Ronaldo! Comedy! Comedy! Comedy, Jungs! Hey! Hey! Ich find's schade, Ichnani ist einer der größten portugiesischen Legenden, würd ich sagen. Natürlich jetzt nicht so krass wie Ronaldo, bevor jetzt einer denkt, das vergleiche ich grad hier. Nein! Aber der verkauft sich grad so billig, Digga. Ich find... Ja, guck mal... J-Sport, schaltet den Stream ab, hört auf den Stream anzuhaben, schaltet den Stream aus! Abstoß! Ach, gibt Eckball! Ich hasse dieses Spiel so sehr, ich hasse mich so sehr! Ich hasse mich so sehr! Ja, guck mal! Ja! Das war schon sehr schlecht, muss man sagen! Jetzt wahrscheinlich Müller wegen Bundesliga. Bruno! Guten Morgen Leute und denkt sich hey ich laufe jetzt mal Richtung Auslinie und lasse Vincenzius kreuzen weil das so schön ist wie er läuft das ist so ästhetisch dieser Laufstil das ist wie ein Tanz ich schaue mir das mal genauer an so und dann kommt der Ball und Kimpembe denkt sich dieser Ball ist so schön dieser Kontrast das ist Frau da bleibe ich doch mal stehen und schaue mir das mal näher an währenddessen denkt sich Vincenzius opa schöner Ball den haben wir mal eine und zwar den haben wir einfach mittig eine mitten auf dem Torhüter und der Torhüter denkt sich ha dieser Ball fliegt so unfassbar schön diese Kurve ja das schaue ich mir mal genauer an so